Guten Tag meine Liebe meine Liebe heute habe ich noch andere besonderes Menü das heißt so Ragu Inyam Inyam ist so eine Würstel so wie eine Kartoffel so er geht weiter und das ist Inyam Würstel aber nicht alle ich habe meine Fisch Makerelle da Tomate Schaf Knoblau Spiegel Petersilien Tomatenmark Gemüsebrühe Salz und Öl und Senf Pfeffer das war ein Gewürz habe gekauft bei Rewe das ist Knoblau Pulever und fertig so meine Liebe Ragu mit mit der frittieren Fisch so ich mache jetzt Marinade für meine Fisch bei Marinade brauche ich Senf Salz Pfeffer Knoblau Pulever Öl und ein bisschen Gemüsebrühe ich mache das rein für Geschmack und danach fünf Minuten später mit frittieren meine Fisch jetzt ist fertig ich muss ein bisschen lassen und dann frittieren ich gehe weiter ok meine lieber meine liebe habe ich schon alle geschnitten ja das habe ich schon geschnitten geschälen schnitten waschen und dann ich gehe weiter und dann kommt Tomaten und Tomatenmark und alles Gewürz rein und dann kommt Wasser ich gehe weiter dann kommt Wasser ich gehe weiter und dann kommt Wasser ich gehe weiter und dann kommt Inham da dann meine Lieber jetzt auf die ich gehe weiter ich gehe weiter okay meine Lieber meine Lieber unser menu ist fertig ist genau genau so und dann guten Appetit und dann guten Appetit Bis zum nächsten Mal.